Außergewöhnliche Grüße. Heute mal ein Video, wo ich mir nicht so viel Mühe gegeben habe und ja, die Kameraführung war auch scheiße in dem Video. Und ja, ich habe das jetzt einfach spontan aufgenommen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. So, gut Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video ein Like und wenn nicht, dann gebt dem Video ein Dislike. Und bis zum nächsten Mal. Euer Kittox. Kittox ist on fire. Lalalalalala.